Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Heute möchte ich mal ein bisschen Freestyle meine ersten Eindrücke teilen von meinem neuen Dream Setup. Das ihr hier gerade schon im Hintergrund seht und wenn ihr mir auf Twitter folgt, mein Hauptkanal verfolgt und so weiter und so fort, habt ihr es eigentlich unmöglich verpassen können. Ich habe hier ein neues Schnitt Computer Setup, das ich mir zugelegt habe, um vernünftig die Felix Bar Videos schneiden zu können. Bisher habe ich ja auf einem 15 Zoll Retina MacBook Pro geschnitten und es ist auf gar keinen Fall ein schlechter Computer. Ich habe ihn so geliebt und ich behalte ihn auch immer noch für alle, die gefragt haben. Der kommt nicht weg, weil ich ab und zu auch mal noch unterwegs schneiden muss, wenn ich mal auf einem Event bin, wie der IFA oder sowas ähnliches. Da will ich natürlich einen Schnitt Computer unterwegs haben, damit ich euch da möglichst schnell neue Hands-on-Videos oder was weiß ich alles präsentieren kann. Das heißt, das MacBook geht nirgendwo hin, aber zum vernünftigen Schneiden braucht man schon mehr als einen Laptop eigentlich. Und deswegen habe ich mir jetzt hier diesen neuen Retina iMac von Apple gegönnt und hier dieses Setup hochgezogen. Und naja, ich habe das jetzt hier seit zwei Tagen, um genau zu sein, habe schon zwei Videos komplett darauf geschnitten, viel mit dem gearbeitet, viel eingerichtet, viel einfach damit gemacht. Und habe jetzt so ein paar erste Eindrücke davon bekommen, was wirklich so geil ist an diesem Retina iMac und was vielleicht auch nicht so geil ist und habe ein bisschen einschätzen können, ob es jetzt alles so eine gute Entscheidung war, dieses Setup so zu gestalten, wie ich es jetzt gestaltet habe mit dem Magic Trackpad, mit der Wireless Tastatur und vor allem auch mit dem Thunderbolt Display, über das ich nochmal in einem extra Video sprechen möchte. Weil ja, dieses Thunderbolt Display ist neu, das habe ich letzte Woche gekauft und in Favor dafür habe ich meinen 4K Monitor verkauft. Und ja, es war die richtige Entscheidung. Ja, es ist so viel besser, aber wieso, werde ich dann mit dem anderen Video erklären. Aber heute geht es erstmal primär um diesen Retina iMac, weil der ist einfach nur wahnsinnig gut. Ich bin schon mit sehr hohen Erwartungen an dieses Gerät rangegangen, weil ich meine, man gibt dafür jetzt in der Konfiguration, in der ich ihn habe, knapp 4000 Euro aus. Und das ist natürlich ein Arsch voll Geld für alle, die es interessiert. Ich glaube, ich habe es schon mal erklärt, bereits auf Twitter und auf dem Blog-Channel hier, was das für eine Konfiguration ist. Das ist wirklich der High-End-Spec, Top-Konfigurations-iMac, also mit dem 4 GHz Intel Core i7, mit der stärkeren Grafikkarte, die 4 GB VRAM hat, mit einer 1 TB SSD und 32 GB RAM. Habe ich aber selber geupgradet. Da kommt wahrscheinlich auch noch ein Video auf dem Felix Barth Channel, wie das funktioniert mit dem RAM-Upgrade. Aber wie gesagt, wenn man sich so einen teuren, so heftig bespeckten Computer kauft, mit so einem krassen Retina-Display, hat man natürlich entsprechende Erwartungen. Da wünscht man sich natürlich entsprechend, dass dieser Computer richtig fett performt und einen in allen Wegen zufrieden stellt. Und als ich dann den Retina iMac bestellt hatte schon, bin ich mal in einem Apple Store gewesen, weil ich es einfach nicht aushalten konnte, auf meinen eigenen zu warten, um mir den Retina iMac dort mal anzuschauen. Und die Sache ist die, in den Apple Stores steht die Low-End-Variante vom iMac rum. Das heißt, die mit dem schwächeren Prozessor, die mit der schwächeren Grafikkarte, die mit dem Fusion Drive und vor allem auch die mit nur 8 GB RAM. Und als ich die ausprobiert habe im Apple Store, habe ich gedacht, ich traue meinen Augen nicht mehr richtig. Weil erstens, das Display sah verdammt geil aus, das ist jetzt auch beim High-End-Model so. Aber dieser Low-End-iMac ist unter dieser Display-Auflösung fast zusammengebrochen. Wenn man da mal einfach Mission Control aufgemacht hat, ein paar Fenster geöffnet hat, hat das richtig fett Probleme gegeben. Und deswegen hatte ich wirklich sehr große Bedenken, dass das beim iMac auch sein wird, bei meinem iMac auch so sein wird. Aber ich kann es jetzt mal hier kurz demonstrieren, hoffentlich. Es ist so, dass es beim iMac hier jetzt in der Top-Konfiguration kaum Probleme gibt. Ich mache mal ein bisschen Control auf. Okay, jetzt hat es gehakt vor für Effekt. Aber jetzt seht ihr im Normalfall läuft das doch recht flüssig. Beim kleineren Modell hat das gehakt wie sonst was. Aber jetzt hier beim Retina iMac läuft es in den meisten Fällen ziemlich gut. Nur wenn ich Final Cut noch offen habe, also mein Schnittprogramm, dann kommt die Grafikkarte so langsam an ihre Grenzen. Wenn man Final Cut offen hat und dann Mission Control öffnet, dann fängt es an ein bisschen zu ruckeln. Aber alles in allem bin ich von der Performance doch eher überrascht im Positiven, als ich gedacht habe eigentlich, dass sie ist. Weil ich habe eigentlich befürchtet, dass diese, ich mache mal hier wieder das geile Wallpaper rein, dass dieses High-End-Modell nicht so viel besser performt, als dieses ruckelige Low-End-Modell. Aber da bin ich auf jeden Fall sehr positiv überrascht worden. Absolut positiv überrascht worden bin ich auch nochmal vom Display. Weil wenn man so einen Teil im Store sieht, ist es natürlich immer nochmal eine andere Sache, wie wenn man das jetzt tatsächlich zu Hause vor sich stehen hat. Und sieht, wie das Ganze hier im tatsächlichen Arbeitsflow so performt. Ich habe hier übrigens noch zwei Softboxen im Zimmer stehen, weil ich vorher noch ein bisschen was für ein anderes Video gefilmt habe. Deswegen wundert euch nicht. Aber dieses Display ist der absolute Wahnsinn. Klar, man kann sich in den Store stellen, sich das mal anschauen und sagen, wow, ist das scharf. Aber wie scharf das wirklich ist und was das wirklich bringt, das merkt man erst, wenn man den iMac anfängt zu benutzen. Also ich habe ja hier daneben das Thunderbolt-Display stehen, was die Auflösung vom alten iMac hat. Und deswegen habe ich hier ständig den direkten Vergleich. Und zwei Dinge sind da sehr bemerkenswert. Und zwar erstens, die Auflösung vom Thunderbolt-Display und auch von den alten iMacs ist und war nie scheiße. Es ist nicht so, dass man sich dieses Display anguckt oder das Display vom alten iMac anguckt und sagt, boah, jetzt kriege ich gleich das Kotzen. Das kann ja wohl nicht angehen, wie scheiße das aufgelöst ist. Weil 1440p ist für einen 27-Zoll-Monitor mehr als üblich. Die meisten Windows-Rechner, die einen 27-Zoll-Monitor dranhängen haben, haben einen 1080p-Monitor. Und 1440p ist noch mal eine ganze Ecke mehr. Und zudem ist dieser Monitor, der auch im alten iMac drin war, wie gesagt, auch an sich schon mal ein ziemlich guter Monitor. Aber das hier, das ist noch mal eine komplett eigene Klasse, was da in dem iMac verbaut wurde. Ich hatte am Anfang Angst, dass Apple da so ein bisschen den Weg geht, den Samsung zum Beispiel bei ihrem 4K-Monitor gegangen ist, den ich auch vor dem Thunderbolt-Display hatte, nämlich Auflösung um jeden Preis. Das heißt, um den Preis von Farben, um den Preis von Kontrasten, um den Preis von Blickwinkel. Hauptsache ist, wir kriegen so viele Pixel wie möglich rein. Aber beim Retina iMac ist das echt nicht der Fall. Weil von den Farben her, von den Blickwinkeln, von allem einfach, ist dieses Display, dem Display, sowas von überlegen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier mal direkt demonstrieren kann, ob man das jetzt hier schon sieht. Aber die Blickwinkel zum Beispiel sind um einiges besser, hat aber auch was damit zu tun, dass das Display nicht laminiert ist. Das war ja bei der letzten Generation iMac schon verbessert worden. Und einfach allgemein, das sieht man glaube ich auf der Vlog-Kamera nur sehr, sehr schwer, sind die ganzen Kontraste, Farben und so weiter nochmal einen Ticken besser. Ich meine, das war schon ein sehr gutes Display, aber das ist einfach der Wahnsinn. Und der Schwarzwert, der hier möglich ist, hat mich einfach nur beeindruckt. Also wirklich, das Ding kann so schwarz werden, wie ihr hier sicherlich schon seht, an dieser schwarzen Stelle von dem Berg. Das ist kein Dunkelgrau mehr, das ist wirklich richtiges Schwarz. Das ist so das schwärzeste Schwarz, was geht, bevor man auf AMOLED-Niveau kommt. Ähnlich wie beim iPhone 6 und es hat mich absolut begeistert. Also mir fällt einfach nichts Schlechtes ein über dieses Display. Von jedem Aspekt ist dieses Display geil. Eine Frage, die man sich natürlich stellt, ist, okay, braucht man die Auflösung? Wie gesagt, nicht unbedingt, weil das war nicht ein schlechtes Display, was in den letzten iMacs drin war. Aber die Auflösung ist richtig krass. Und Retina ist ja mittlerweile so ein Begriff, der schon ein bisschen lächerlich gemacht wird in der Technikwelt. Weil zum Beispiel die Retina-Displays in den iPhones jetzt nicht so hoch aufgelöst sind, wie die der Konkurrenz. Und wenn man so ein iPhone in die Hand nimmt und es will, kann man schon ein Pixel sehen. Es geht bei dem iMac natürlich auch. Also wenn ich jetzt da so daher gehe und sage, wo ist ein Pixel, dann finde ich ihn auf jeden Fall. Aber so hängt ja niemand vor seinen iMac. Gerade wenn man hier zwei Monitor hat, so wie ich. Und wenn ich jetzt hier so auf der Entfernung sitze, man hat keine Chance. Man hat keine Chance. Man sieht dieses Display und es ist so unendlich scharf. Und es ist für Textarbeit richtig geil. Es ist für Fotoarbeit richtig geil. Und für Videoarbeit, so wie ich es fast jeden Tag mache, ist es am aller, aller geilsten. Gut, 1080p Video, mit dem ich aktuell noch arbeite, ist natürlich dann entsprechend matschig auf dem Ding. Aber in Zukunft dort 4K zu schneiden, wird so ein Traum werden. Und ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Weil es ist nicht nur ein Retina-Display, das ist nicht nur ein 4K-Montor, das ist 5K, super, super scharf. Und von den Farben-Blickwinkeln her einfach nur überwältigend. Und wie gesagt, von der Performance her ist es auch um einiges besser, als ich gedacht habe. Versteht mich jetzt nicht falsch, dieses Ding ist kein Mac Pro. Viele haben mich auch gefragt, warum ich kein Mac Pro gekauft habe. Der einfache Grund ist dieses Display, weil das Display allein schon 3000 Euro wert ist eigentlich. Aber es ist eine mobile Grafikkarte, die normalerweise in Laptops verwendet wird, sag ich mal, die da drin steckt. Und es ist halt immer noch ein iMac, ein All-in-One und kein Tower-PC. Das spürt man und wenn man da so ein fettes Display reinklatscht, dann merkt man es auch, dass dieses Ding nicht so fett performt, wie jetzt zum Beispiel auch schon ein 1000 Euro Windows-PC performen würde. Aber darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht um dieses Display, weil verschiedene Leute boosten ihre Produktivität durch verschiedene Dinge. Manche Leute brauchen einfach mehr rohe Power. Aber so ein Display kann für Leute wie mich, die viel mit Video arbeiten zum Beispiel, so viel mehr wert sein, als wirklich rohe Power. Und in den ersten Tagen, wo ich das jetzt benutzt habe, dieses Dual-Monitor-Setup hier, bin ich einfach nur begeistert von dem Display hier, von dem nur so ein bisschen, von dem Thunderbolt-Display. Aber es geht schon, es war eine gute Entscheidung, das zu kaufen. Aber wie gesagt, vom iMac-Display absolut total geflasht. Die Performance ist bedeutend besser als die von meinem Retina-MacBook. Allerdings noch nicht auf Mac Pro-Level oder so. Da muss man sich nichts vormachen. Das hier ist kein Powerhouse. Aber es ist auf jeden Fall in der Konfiguration, die ich jetzt hier habe, für das erste weitere erstmal ausreichend. Ein paar negative Dinge sind mir leider auch schon aufgefallen. Nämlich die Mikrofon-Qualität. Die ist so, ne, nicht so gut wie zum Beispiel die Mikrofone in meinem MacBook. Die haben mich da um einiges mehr geflasht. Liegt vielleicht daran, dass die Mikrofone beim MacBook auf der Vorderseite sind und hier so auf der Ober- und Rückseite hier oben bei der Kamera. Ist vielleicht ein bisschen unglücklich positioniert, aber ansonsten hätten wir ja auch hier vorne diesen schönen Streifen kaputt gemacht. Und die Anschlüsse auf der Rückseite sind auch eher so suboptimal. Ich glaube, da muss ich mir noch ein USB-Hub und einen SD-Card-Reader und sowas holen. Weil ständig da so dahinter greifen zu müssen, um da irgendwie eine SD-Card reinstecken zu können, ist schon hart umständlich. Aber naja, was soll ich sagen, ist immer noch besser, als wenn die jetzt hier auf der Vorderseite wären. Da wäre mir jetzt auch nichts Besseres eingefallen, wie man das Ganze lösen könnte. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ganz kurz wollte ich noch kurz erwähnen. Und zwar, Apple hat ja gesagt, dass sie bei den neuen iMacs jetzt so ein super geil laminiertes Display benutzen mit noch so einer Extraschicht, die Spiegelungen reduzieren soll. Genauso wie bei den neuen iPad Air 2 Modellen. Und bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass das Marketinggelaber ist, weil Apple das in der Vergangenheit oft gemacht hat, zu sagen, oh, 75% weniger Spiegelungen. Und im Endeffekt war es dann einfach gar nichts. Aber ich kann es euch hier beweisen, dass Apple recht hat. Ihr seht hier in den Monitoren, spiegeln sich die Softboxen, die hier im Raum stehen. Und ihr seht hier, das ist der alte 2011er, 2012er iMac, glaube ich, wo das Display noch nicht laminiert war. Da seht ihr die Softbox, die spiegelt da alles tot. An der Stelle, wo das Licht hinkommt, kann man nicht mehr sehen, was da ursprünglich mal angezeigt werden sollte. Und beim iMac geht es so locker klar. Guck mal, da ist so eine fette Softbox. Also wirklich, die Dinger sind unfassbar hell. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Mit den Filmen, ich weiß nicht, eine Videobeleuchtung. Das ist einfach so eine richtig fette Lampe. So etwas hat man normalerweise nicht im Zimmer. Und dennoch, die spiegelt da voll rein. Und dennoch kann man erkennen, was dahinter ist. Und das finde ich echt richtig krass. Aber naja, ich würde sagen, das war es jetzt erst mal hier von meinem kleinen Ramble. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit diesem neuen Setup. Ich liebe es. Die Tastatur Magic Trackpad war auch eine sehr gute Entscheidung. Ich komme richtig gut klar damit. Und ja, ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter austesten. Es werden weitere Videos auf diesem Channel noch dazukommen. Und auf dem Felix Barth Channel noch dazukommen. Und natürlich irgendwann noch ein finales Review. Aber ich würde sagen, von diesem Video reicht es erst mal. Ich werde mich jetzt weiter noch mit diesem Ding begnügen. Noch ein weiteres Video schneiden. Was heute Abend noch fertig gemacht werden muss. Damit es in ein paar Tagen online gehen kann, weil ich unterwegs bin. Blablabla. Ist auch nicht so wichtig. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen krassen Dank, dass ihr mit eurem Zuschauen auch beim Felix Barth Channel so ein Zeug ermöglicht. Dass ich die Videos besser gestalten kann mit so einem krassen Setup. Das ist ein Privileg. Das weiß ich. Und ich wäre auf keinen Fall jetzt der, der sich hinstellt so. Guckt mal ihr Opfer, was ich mir von eurem Cash gekauft habe. Ich bin einfach unendlich dankbar dafür. Und ich hoffe einfach, dass ich dieses krasse neue Werkzeug gut genug benutzen kann. Und dem neuen krassen Werkzeug, diesem Privileg hier, dass ich dieses krasse neue Werkzeug haben kann, gerecht werden kann. Indem ich weiterhin euch mit geilen Videos versorge. Die ihr feiert. Zumindest auf dem Felix Barth Channel. Und ja, das war es jetzt mit diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und würde sagen, ja, wir sehen uns. Oh, der Bildschirm schon ist eingegangen. Beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.